Hallo, mein Name ist Thorsten Sinning. Ich bin aus Frankfurt-Bockenheim. Frankfurt steht still. Wir sind im Lockdown. Seit fünf Jahren steht Frankfurt still. Der Magistrat verschleppt alles. Verschleppte Bauprojekte. Keinen Wohnraum. Dein Internet ruckelt. Es gibt in Frankfurt keine Glasfaser. Das kannst du ändern. Ich kandidiere für den Römer. Ich kandidiere für die Freien Demokraten auf Platz 14. Am 14. März 2021 ist Kommunalwahl. Schenk dir mehr Freiheit. Denn Freiheit ist, was wirklich zählt. Deswegen wähle die Freien Demokraten.